Das ist Elli. Zu ihrer häufigen Aufgaben zählen das Planen und Durchführung von Besprechungen und Meetings in kleineren und größeren Gruppen. Doch Ellis Alltag hat sich verändert, seit viele ihrer Kolleginnen und Kollegen in Homeoffice arbeiten. Elli organisiert jetzt ihre Meetings online. Zum Glück stehen mittlerweile eine Reihe von Videokonferenztools zur Verfügung, die Elli das Planen und Durchführung von Online-Meetings erleichtern. Die beiden bekanntesten heißen Microsoft Teams und Zoom. In dieser Lerneinheit zeigt Elli Schritt für Schritt, wie ein Online-Meeting geplant und durchgeführt wird. Darüber hinaus werden einige nützliche Tipps und Tricks im Zusammenhang mit Videokonferenzen vorgestellt. Viel Spaß beim Sammeln von neuen Erfahrungen.